Könnte helfen. Dann hätte man eventuell eine Aufnahme laufen, wenn man sie bräuchte. Könnte ich mir vorstellen. Das war alles überbewertet. Wie nicht essen und sprechen gleichzeitig oder angezogen sein beim Let's Play, wo es altmodisch ist. Achso. So war es von 2007. Ja, stimmt. Als professioneller Let's Player darf man natürlich nur ohne Hose aufnehmen. Das hatte ich irgendwie mit erst geschrieben. Er war noch Jailer. Der überlegt hat, einen Livestream mit Basecam zu machen oder ohne. Ich habe ja geschrieben, wenn das ohne Boobcam ist, schaue ich gleich sogar rein. Ich habe gesagt, was? Wir sollen da reinschalten. Achso, sollten wir vielleicht dann mal jetzt anfangen? Achso, ich habe schon seit 48 Sekunden ungefähr die Aufnahme am Laufen. Ja, meine läuft jetzt auch schon seit 54 Sekunden. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Xane hat das Wort. Okay. Schon bin ich, wo ich da ganz 50 Sekunden drauf sind. Tja dann, wir sind bei Folge 33 von Hashtag SPLBT. Herzlich willkommen zur Happy Halloween Folge. Okay. Genau. Er hat voll funktioniert. Ich glaube, er hat schon zu viel Dämpfe von Süßigkeiten inhaliert oder so. Wir haben festgestellt, dass ich eindeutig PC Master Race bin, denn ich habe alle Quests erledigt. Hier nochmal der Nachweis, in Progress, nichts. Komplietet alle, fehlt keine. Ich bin hier also nur noch just for fun, eindeutig. Xane hat keine Quests mehr, weil irgendwas schief gelaufen ist. Kein Questgeber traut ihm noch und gibt ihm eine Quest, deswegen hat er jetzt keine mehr. Ja. Das ist die logische Herleitung. Wir zwei müssen jetzt noch ein Moon Emblem finden irgendwo. Die Frage ist jetzt, wo gibt es das Teil? Platinum habe ich aber auch lange nicht mehr gesehen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, warum wir in dieser Höhle waren, außer dass es hier Erze gab. Das wird wahrscheinlich nicht mehr gewesen sein, aber ich weiß nicht, ob wir noch was von diesem Rubium, Erz und Gedöns da überhaupt brauchen. Ich google einfach mal kurz in der Aufnahme. Gebrauchen können wir es immer, weil da gab es noch so viele tolle Items, die wir noch nicht ausgetestet haben. Das ist nämlich eher überflüssig. Oh ja, tolle Disco-Kugel. Na hör mal, das war doch der Renner. Ne, da gab es noch ganz andere Items, die wir auch noch nicht ausgetestet haben, die mehr Funktionen haben sollten. Aber da waren noch keine Waffen mehr dabei, oder? Ja doch, irgendwelche Stäbe noch, die Stürme entfesseln oder so. Okay, ich dachte, das wäre nur ein bisschen. Das war sogar Legend of Zelda mäßig. Ja, das sind die Quatsch, der Quatsch war nicht beim Außenposten, den interessiert er keinen. Und eine Cerulium-Table brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Toll, es gibt hier jetzt im Starbound-Wiki den Artikel der AB&Tom. Dann kann man da auf Locations drücken und dann steht hier, This section will list Locations where this dungeon can be found. It will have coordinate links once the planet project is underway. Hm, im nächsten Update vielleicht nochmal. Ja, so ungefähr. Soll heißen, wir müssen einfach irgendwo hinfliegen. Naja, oder soll heißen, dass sie das noch nicht implementiert haben, richtig. Hm, wir sind dem Spiel voraus. Also ich suche mal irgendeinen, da, es gibt einen freundlichen Stern, da gibt es bestimmt einen freundlichen Planeten, auf dem es bestimmt freundliche AB&Toms gibt. Ganz freundlich vor allem, ja. Im Wüstenplanet? Wieso, wir schicken Forti voraus, das ist doch dem seine Spezies. Eine Kräer hat doch dem anderen kein Auge aus, oder? Oder lieber ein Waldplanet. Ich weiß. Äh, ich glaube, das ist relativ egal. Oh. Da war ja eine ordentliche Waffe in der Truhe. Ja, naja, verglichen mit deinen Waffen. Also gut, dann nehmen wir mal den kleinen, Wüstenplaneten zuerst. Ja, ich sage Ihnen, ist okay. Hier ist ein pinkes Etwas. Natürlich ist das das. Jetzt nicht mehr. Ja, genau. Sag doch, dass es hier drüben Rohstoffe gibt. Wie du sie vor mir abbauen kannst, nie mehr heizen. Ich habe sogar noch simple Temple Blocks im Inventor. Ach, ich habe nur... Nein, okay, Mann, ich habe nicht, weil man runterfällt, gut. Probier's aus. Er ist ja runtergefallen, er hat es aber überlebt. Ach so. Ach, ich selbe es, ach so. Ja. Einfach mal ins Dunkle schießen, mal gucken, was passiert. Hm, ich mache ein bisschen zu tot. Also ich bin dann mal jetzt mit meinem Schiff über einem anderen Planeten. Mal schauen, was passiert. Wahrscheinlich steigst du dir aus und stirbst. Nein, das ist ein, ähm, verstanden da, mostly harmless. Ja, das haben wir doch schon mal gelernt, was das heißen soll, oder? Das, das, äh, ich schätze mal, das kann uns nicht viel anarmen. Ich würde mal sagen, wir teilen uns einfach auf. Ich gehe mal nach rechts. Hm, ja. Ich weiß nicht, dass Xen und ich noch auf dem anderen Planeten in der Höhle sind, oder? Ja, ja, er könnte, ja, Xen ist in der Höhle, nein. Doch. Oh. Raus da. Er hat sich halt zu mir teleportiert. Den verfolgt wahrscheinlich die ganze Zeit irgendeinen Alien, oder? Der merkt es gar nicht. So, hier ist Laban. Sein Haustier. Noch eine Schlange sind... Chili, nehmen wir mal. Hörner mit. Weiß nicht wofür, aber... Oh, ich glaube, ich habe schon was Tempelartiges. Nein, das ist nur eine kleine Pyramide. Ist ja eine Zeit, wann gibt es die denn? Egisad, Mewen, noch eine schwachsinnige Waffe. Pixelenforcer, meine Güte. Da hat der Praktikant wieder auf die Namenskiste gedrückt, ja. Ich glaube, so entstehen noch Final Fantasy-Teile. Die hat irgendwann in den 70ern einer entstehen lassen, in 5 Minuten. Die ersten 20. War dann einfach die Armee an Jaros-Praktikanten. Die hat dann sich nach dem Haus gedacht. Dachten sich dann so, ja, das machen wir doch gleich nochmal. Und nehmen das direkt. Immer dieselbe Story insofern. Uh, Status-Pot. Hat er dich abgefackelt? Nein, er droppt Pixel. Oh. 133. Gerade. So. Hier kommen wir auch nicht weiter. Machen wir die beiden Rennen. Oh, Kohle sammelt's. Xen, was wird das? Ich mache nur etwas Licht. No, Licht. Sagt er mit dem Flammenwerfer eine Hand. Und jetzt? Seid ihr unterwegs, oder? Ich laufe hier gerade noch durch die Hürde und Xen irgendwie auch. Xen irgendwie auch. Was ist das denn? Oh, wo kommt denn Obsidian? Healingwater. Hier gibt's Healingwater. Was? Das nehme ich gleich mal mit. Oh, das braucht man in Massen. Ist die Premium-Variante der Bandage, oder wie? Keine Ahnung. Das ist das, was ich schon erwähnt hatte. Nimm's mit. Das kann man wohl in Flaschen abfüllen. Erstens, wenn wir irgendwo mal runterspringen müssen, ist das praktisch. Oh, dann gibt's noch mehr davon. Oh ja, alles Eintüten hier. Das bist du überhaupt in seinen Planeten? Ja. Ah, dann gibt's das über den ganzen Planeten verteilt in Massen. Jetzt, ähm, merken wir das. So, haben wir das dann noch nie gesehen. Gute Frage. Ich hab dann jetzt gleich, ja, das leuchtet tatsächlich. Das ist gesund. Das muss so. Ja, es ruckelt ein klein wenig. Das könnte am Sand liegen. Ach, vielleicht. Vielleicht, ja. Hab ich gehört. Oh. Die Hälfte des Sandes bleibt einfach mal in der Luft hängen. Ist auch nicht schlecht. Ah, da war irgendwo ein Tech-Drive bei. Oh, ne? Da ist eine, ähm, Truhe gedroppt. Also, ich, äh, glaube, wir sollten dann mal wieder an die Oberfläche zurück. Ich glaube, die Dinger gibt's nicht unter der Erde. Die Evian Tharms. Ah, da wär ich mir nicht sicher. Die haben ja Mini-Dungeon und so auch eingeführt. Ja, gut. Aber ich glaube nicht, dass es da jetzt unbedingt so viel Deko-Gedöns gibt, dass wir da ein Moon-Emblem finden. Das ist auch wieder, oh, was haben wir denn hier? Blätter in der Erde. Das kommt mir bekannt vor. Die wiederholen sich dann doch etwas zu auf die Mini-Dungeons hier. Oh, schöne Einrichtungs-Gegenstände-Auswahl. Das habe ich lange nicht gesehen. Und eine Truhe mit nix drin. Jawohl. Da ist fast mit nix drin. Ich rate, in der Kiste ist. Oh, jetzt gibt's auch Öl. Ach, da gibt's auch Öl. Was ist das? Ja, schade nur, dass man für Öl absolut keine Verwendung hat. Allerdings. Hm. Ich habe im Portal zu so einem Dings-Dungeon gefunden. Ah, dann geh rein. Vielleicht gibt's da was Natches. Ich werde eh wieder jemalig draufgehen, aber was soll ich schon passieren? So, dass ich draufgehe. Such. Sieht ja nett aus hier. Ach, ich habe ein Dorf gefunden oder sowas, glaube ich. Ne, sind nur zwei Häuser. Wenn ich brenne? Erstmal ausrauben. Jetzt habe ich übrigens 1073 Heilwasser. Das kann unmöglich genug sein. Oh, und ein Rechats-Blueprint. Keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Okay, jetzt habe ich eine Truhe gefunden, zu der ich aber nicht hinwerfen kann. Ja, dann wird's da noch irgendwo einen Schalter geben. Ähm, ja. Wobei, das sieht jetzt nicht so aus, als wäre da irgendwo eine Tür, die man auslösen könnte. Naja. Einfach an allen Hebeln ziehen. Das wird schon einer der Richtige sein. Hier gibt's süße oder eher gar nicht so süße, ähm, Todesstrahlen, die einen schön wegbraten. Aha. Wett. Die schönste von allen, ja, die Variante. Nein. Noch ein Haus. Ah. Einmal habe ich so ein verfluchtes Challenge-Portal geschafft. Mich hat's weg. Upgrade-Modul. Zwei Stück. Was ist das und wozu brauche ich das? Chips und Aser. Ja, nur ein bisschen. Nehmehmer. Hmm. Tsunami-Terror. Mhm. Das klingt doch schön. Nehmehmer mit. Learn to craft Upgrade-Modul. Okay. Zweihandwaffe. Teleporter-Kern. Was für eine? Ich habe übrigens auch nur eine Zweihandwaffe für einen von euch, falls die ihr einer braucht. Fällt mir gerade ein. Was für eine Zweihandwaffe? Wie viel macht die denn? Äh, 45 und Giftschaden. Okay, ich habe 46. Ja, okay. Da gucke ich doch schon gar nicht mehr hin. Ja, genau. Ja, noch habe ich etwas. Bin ich zwar am Ende des Dungeons. Hier gibt es keine weiteren Hebel, aber trotzdem. Da wäre vorne immer noch die Truhe, die ich gerne looten würde. Vielleicht gibt es irgendwo. Okay, ich bin verreckt. Aber nein, es gab keine Schalte. Also da war nur noch der Ausgang. Wie kamst du da? Also gab es da? Kamst du da nicht durch, weil der Durchgang zu niedrig war? Oder was war da genau? Ah, da gibt es ein Tag Dingens. Das habe ich irgendwann mal aktiviert, mit dem man dann sich zu einem Ball verkleinern kann. Ach, dann kommt man da durch? Meta-Modul. Okay. Hier, guck. Oh, cool. Ja, habe ich glaube ich gar nicht. Von daher hätte ich jetzt eh nicht viel machen können. Ja, egal. Wir fällen übrigens gerade ein, ich war nicht so schlau, den Anfang zu markieren. Das ist gut. Huch, ähm, was ist? Hier sieht es so langsam richtig aus irgendwie. Nein, das ist einfach nur eine Falle. Aber es gibt mal Heilwasser. Hm, dann ist es ja keine Falle. Ja doch, darüber war eine Falle. Achso. Wenn du jetzt nach oben gehst, ich sehe, da ist eine Falle. Was war das jetzt? Was hast du da? Was tut das? Was ist das? Ich glaube, was ist, was ist das? Komm, gehen wir mal in den Tiefen des Planeten runter. Na ja, wo es schon Sand ist, alles. Äh, nein. Komm schon, ab nach unten. Oh Gott. Was habe ich getan? Nicht so schlimm ist wie ich hier. Hm, mehr Hütten. Oh, Bewohner? Nein, ich habe bisher noch keinen einzigen gesehen. Na danke. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Du sollst dann jemand das ganze Zeug abbauen. Da habe ich den ganzen Müll im Inventar wieder. Ich nehme doch immer nur das mit, was ich interessant finde. Sehr gut. Kann man mal mal machen. Oh, learn to craft this, learn to craft this. Lauter Blueprints und mein Helmet. Statuen. Oh, Statuen? Oh. Das bildet jetzt nicht schon geil. Hm. Naja, mit irgendwelchen Blueprints. Kakteen. Oh, ein Bett. Schön. Ist auch gar nicht sandig auf dem Planeten hier. Das kriege ich aus der Kleidung nie raus. Wundert mich eigentlich nicht, dass es nicht leckt, obwohl es gerade einen Sandstorm gibt. Also bei Exane scheint es zu lecken. Also zumindest leckt Exane bei mir. Eigentlich gerade nicht. Also bei mir legt es euch auch nicht und er hat sich bisher ja auch noch nicht beschwert. Bislang wir nicht beim Außenposten sind, ist alles in Ordnung. Was bist du hier vom Käfer? Da kam Uwe auf einmal angesprungen aus dem Nichts. Aber das liegt an dem Sandsturm, nehme ich an. Hui, ich roll dann mal durch die Gegend. Ich wollte gerade sagen, warum wollt ihr? Das ist hier kaputt. Ich mag das. Ich glaube, wir sind jetzt einfach noch ein. Das sind noch nicht einmal rum. Da unten steht noch ein Status-Pod. In der Weile kann ich dir mal schuppen, was ich hier alles eingesammelt habe nebenbei. Ah ja, schön, er explodiert. Status-Pod? Ja. Hat er dich mitgerissen? Nein. Hui, doch. Hier ist übrigens... Ich hatte zu viel Energie. Aha, okay. Hier gibt es übrigens auch welches von so einem Knochenmaterial oder so einem Knochenblöcken. Hier steht ein Bett rum. Einfach so, mitten im Nichts steht hier ein Bett rum. Lässt du deine Betten nicht auch immer in die Wüste? Lässt du ja trocknen? Äh, ja. Natürlich. Macht das Sinn, oder? Ja. Hier ist eine Karotte. Ach ja, habe ich auch schon ein paar gefunden. Ich habe sie aber liegen gelassen. Wenn man erstmal all diese Techniken hat, wie Pulsjump, Doublejump, dann geht das hier viel schneller. Ja. Ich sehe zwar nichts mehr von der Landschaft, aber ich habe den Planeten umrundet. Als ob dich die Landschaft hier jemals interessiert hätte. Ja, das verständlich. Das ist wie so eine japanische Lebensreise. Einmal in drei Tagen um die ganze Au-Welt. Einmal in drei Tagen voll ins Gesicht. Okay, hier war ich schon. Also dann versuchen wir es mal mit dem Nachbarplaneten. Das ist auf dem Wüstenplanet allerdings doppelt so groß oder so. Das sollten wir dann wirklich in die entgegengesetzte Richtung laufen. Dann wissen wir auch, wenn wir einmal rum sind. Oder wir machen einfach mal eine Markierung. Und es geht schneller. Ach, dieser wunderschöne, dieser Mästionsbild schon. Ja, ich fliege schon zum nächsten Planeten. Hast du dich eigentlich mal um deine Krabbe gekümmert? Äh, nein. Die rennt hier rum. Die hat da unten ein bisschen Wasser. Nämlich ganz Knochen. Ja. Da oben gibt es Augen. Lecker. Danke, noch mehr Knochen. Runder hier. Ehrlich? Hast du da jetzt Gift verteilt? Echt mal. Hat er. Echt mal aufräumen. Also ich muss jetzt in den Draft rechnen. In Richtung der Truhe. Hier gibt es Techchips. Oh, hier gibt es so ein Guck mal in die Truhe. Vielleicht ist das was für einen von euch. Desert Head Scarf. Nein. Ich glaube nicht. XL? Oh, doch. Das ist selbstverständlich. Ich muss sowas auf den Kopf. Jalla machelung, jalla machelung. Nein, das war die... Da. Das ist jetzt unsere Markierung für den Anfang. Großer Steinturm. Okay. Ich gehe einfach mal nach links jetzt. Das ist gut. Da wo du bist, gibt es nämlich meist nichts von Wert. Ich habe immer schon die Truhe gefunden. Da waren übrigens noch zwei Techchips drin. Oder wie die Dinger heißen. Äh. Hier. Doch Techchips. Oh, hübsches. Oh, noch eine Truhe. Noch ein Techchip. Hast du jetzt instant die Truhe abgebaut, oder wie? Sehr gut. Oh, was haben wir denn hier? Ja, das macht dich sehen. Sobald deine Truhe ist, ist die auch schon weg. Ich stirbt. So eine Runde, danke. Was gibt es hier? Knochen. Sand. Weit auch deine Knochen. Und... Teleport. Was war denn das für eine Truhe? Jetzt fängst du da und wieder an zu ruckeln. Ich habe jede Menge Holz eingesammelt. Wieder spontan zu ruckeln, oder wie? Ja, irgendwie. Ja, es hat sich da aufgehört. Aber gerade eben einfach mal so. Naja. Kommt Freude auf. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal doch mal die 64-Mit-Variante ausprobieren. Kann ja nur schlimmer werden im Zweifelsfall. Ja. Ein Haufen mit Waffenhüter. Nein. Aber keine Musikinstrumente. Oh, vier Metamodul-Komponents. Oh ja. Jetzt habe ich schon wieder 10. Kannst du doch eh nicht gebrauchen, oder? Ähm, doch. Seien wir doch mal ehrlich. Dann habe ich den nächsten 4x4-Abbau-Radius. Dann kann ich endlich Gänge abbauen, die so groß sind, dass ich durchlaufen kann. Oh, irgendein Haus mit Bewohnern. Autsch. Rein in die Stacheln, natürlich. Was auch sonst? Ach, hier kann ich ein paar Kupferbarren machen. Und Eisenbarren. Wie die Mafia hier durch die Wüste. Nein. Da gibt es noch eine Kiste. Wenn man dann oben nach Bandagen guckt und dann deswegen unten durch Stacheln rennt. Nochmal 6-Meter-Modul-Komponents. Oh, Wapp, sei ruhig. Oh, ich zeige, ich habe noch Desert-Pants für dich. Ja, immer her damit. Wenn ich schon durch die Wüste laufe, dann Stileicht, bitte. Als Trends aber, ja. Oh, fuck, wie schön. Die zweihändige Waffen mit Giftschaden, da brauchst du sowas. Oh mein Gott, Uwapps, Verwandte. Grace Gott. Also Spot. Was the loose. Oh, den Kühlschrank, den nehme ich mit. Ja, ich meine. Und die Spülern, ne? Und die üblichen Toiletten, ja. Die stimmt auch praktisch. Da oben ist ein Vogelnest auf dem Haus. Nur mal so. Falls es ein paar Verwandte von dir sind. Äh, ich weiß es nicht. Vielleicht. Doch, nochmal 3 Tech-Chips. Ich brauche Türen, wenn du ein Materiel trankst. Komm doch da, geh weg hier. Na, Tech-Chips habe ich jetzt auch schon welche gefunden. Der Wurf-Exte gibt es auch. Interessant. Okay. Oh, jetzt ruckst du hier drauf. Warte, Modul-Components, 4. Ich glaube, der Planet ist einfach zu groß. Na, das war vielleicht doch nicht ganz so intelligent, dass wir hoch in die Welt in andere Richtungen gelaufen sind. Äh, ja, okay. Die Welt lädt gerade nicht nach. Ach, jetzt. Hier steht ein Wüstenhaus mit Einrichtungen aus Sandsteinen und alten Holztruhen. Und dann steht hier mitten in der Gegend ein Fernsehergerät rum. Dass du meine Truhen vorbeigehen musst. Hm? Ach komm. Ja, wenn da überall grüne Pflanzen stehen und deine grünen Truhe zwischen uns, dann übersehe ich die in der Regel, ja. Old Television, habe ich mal mitgenommen. Zeblis Blueprints. Mal gucken, was wir hier empfangen. Rallamalama Zal Shatira. Was? Gesundheit. Das ist einsteckend. Nein, bisher nicht. Ja, noch nicht. War es noch ab? So. Jetzt lass doch die Glaskugel da in dem Haus nicht stehen. Ach, es muss eine Laterne direkt damit. Oh nein, es wird Nacht. Oh, ich nehme die Taschenlampe in die Hand. Noch ein Hausmikrohundern. Die neuen von 8x. Hey, und das hat Cloak. Nochmal für Xen. Oh, ein Upgrade-Modul. Ja, das nehme ich auch. Die sehen jetzt anders aus. Lancho Craft Upgrade-Modul. So sehen die Dinger also jetzt aus. Ha, jetzt habe ich auch mal ein Haus mit Bewohnern gefunden. Nett. Damit kann ich mein Schiff upgraden. Oder wahlweise auch Exzellenz. Ja, ich habe schon so ein Teil. Achso. Ja, und wieso kannst du dann dein Schiff nicht upgraden? Ja, weil ich die jetzt erst gefunden habe. Ich habe noch nicht ausgetestet, wozu die gut sind. Zum Schiff upgraden. Steht in der Beschreibung. Ich habe eine Holztoilette gefunden. Sehr gut. Mitnehmen. Genau, davon brauchen wir nun mal welche. Ah, ein Stratus-Posten. Außenposten ohne Wachen. Außenposten ohne Wachen. Wer soll schon hier vorbeikommen und irgendwas tun, ne? Ja. Jetzt haben wir uns vielleicht ja noch nicht mal mehr für den Quatsch hier. Das ist ja schon deprimiert. Oh, noch eine Statue. Herrgemit. Kaffeebohnen. Ich lasse die mal hier. In drei Folgen fragen wir uns, wo die Kaffeebohnen herkommen. Oh, nochmal 6 Meter Motul-Komponenz. Ich habe ja doch 22. Irgendein finde seltene Items-Gegenstand am Körper. Ich glaube auch. Ich glaube nicht. So wie bei Diablo hier. Habe 90 Topaz oder was war das? Äh, da lädt die Kaffeebohnen nicht nach. Was ist das da unten? Das muss ich jetzt wissen. Ich würde ja schon mal interessieren, was passiert, wenn man in einen nicht geladenen Teil der Welt geht. Äh, das heißt ab. Soll ich es mal ausprobieren? Ich glaube, das war, äh, Buff und, äh, Tod. Oder Starborn-Schmierer hat das genug sein. Wahlweise beides. Noch mehr Statuen. Mein Gott. Das ganze Museum kann man hier aufmachen. Ja, aber kein... Was soll ich denn nochmal? Irgendwie ein Tom. Ja, du. Ich nicht. Ich habe keine Aufgabe mehr. Ja, ich auch. Obwohl ich... Ich habe das Spiel hinter mir gelassen. Oh, ein Tech-Drive. Direkt. Oh, hallo Xen. Ich habe da gerade nochmal ein Tech-Drive gefunden. Und eh eine Frau beim Schlafen gestört. Gibst du, du hast dir irgendwas Mieses vor. Jetzt habe ich fünf Plank-Tech-Drives. Was machst du hier? Sprich dich ruhig aus. Oh, jetzt habe ich die Mieses drauf gesammelt. So, jetzt sehen wir jetzt, Freiland. Du hast gar nicht in Beheblichkeit. Ach so, dann, äh, Bibi-Pi. Die hat die Augen auf mich geworfen. Wir fliegen mal auf den... Auf den... Dingens. Ab, das sagt mir das schon. Äh. Ach, ist das cool. Waldplaneten. Der ist ziemlich klein. Sicher noch. In der Zwischenzeit räume ich mal wieder meine... Ach so, ne, wobei, vielleicht kann ich noch irgendwie... Geht voll aus, ne, ich siehst das. Tatsache. So, was, wie, wo, was wäre, warum? Ach so, ja, Raumschiff, klar. Wo auch immer ich mal jetzt geparkt habe. Einfach aufzusetzen. Jetzt will ich erstmal gucken, ob ich diese komischen... Upgrade-Ship-To-Castro und jetzt wird wahrscheinlich nichts passieren. Fehler. Jawohl. Mischen ist keine. Okay. Na dann halt nicht. Oh, was ist das denn? Das, äh, würde ich jetzt mal kurz ausprobieren. Äh, geht das nur... Moment. Wer will denn mit dem Boot sein? Ah, was ist das? Was, sieht hier irgendwas? Sieht nach einem Waldplaneten aus. Ah, ich gehe wieder hoch. Moment, ich rüste mal mein Tech-Kettel jetzt wieder rum. Ich habe irgendwas seltsames ausgerüstet, aber es macht irgendwie nichts. Light Rig. Double-Tap in any direction to toggle a directional spotlight disables energy regeneration while active. Es hat nichts getan. Gut. Und du hast damit gerechnet, dass es was macht? Irgendetwas. Naja, irgendetwas. Vorzugsweise, dass es in der Beschreibung steht. Der macht nichts. Gar nichts. Äh, ich gehe da mal nach rechts. Ich habe einen Abfluss gefunden. Ich habe gerade eine Truhe gefunden, aber in der Truhe war irgendwie nichts Tolles. Nee, halt, so ist nur ein alter Brunnen. Hier drin gibt es gar nichts. Immer, wenn du das sagst, habe ich den automatischen Instinkt sofort nachzuschauen. Ich weiß nicht, wieso. Weil, äh, keine Ahnung. Hast du eine Markierung am Anfang gesetzt? Äh, nein. Gut. Ja, doch, so indirekt. Wenn du einen Brunenschacht findest, in dem der Fackel hängt, dann war ich da schon. Schön. Aber anders treffen wir uns ja sowieso irgendwo unterwegs wieder. Ja. Ich habe so eine... Ja, ich habe so einen Brunenschacht gefunden. Ja, gut. Pixel. Ah, ich glaube, hier gibt es, gibt es hier Planned Fibers. Noch einen Teleport. Ah ja, noch einen Planned Fibers. Ja, ich habe jetzt schon zum zweiten Mal dieses Mal, oder Wurffasschen gefunden. Ich sammle mal Planned Fibers. Die brauchen wir jetzt auch irgendwann mal wieder. Brauchen wir die nicht für die... Ja, das macht sich. Die besten Bandagen auch. Die brauchen wir für alle Bandagen. Also von dem her. Ja. Gut. So, dann folgen wir doch mal dem Herrn mit dem glücklichen Fuß. Und schauen, was übrig bleibt. Nichts. Wo ist das denn das für eine Welt? Sieht glatt aus, oder? Gefällt mir irgendwie. Ich dachte, die Pilzwelten wären merkwürdig. Hier kann man siedeln. Gleiches Minecraft-Gefühl. Sieht hübsch aus hier, finde ich. Außerdem gibt es hier Heilwasser. Ist es Heilwasser für wirklich? Ja, da war Heilwasser dabei. Nicht alles, aber es war Heilwasser dabei. Oh, und ein Startespot. Oh, und eine Kiste. Ah, ich habe ein Modul-Komponents gefunden. Ja, ein schlechtes Schwert. Ich packe mal in mein Abfall da mehr rein. Zucker, wir brauchen sowas. Und ich stelle fest, dass ich mein Inventar weiter ausräumen soll. Excel, ich packe mal in die Kiste hier auch die Klamotten für dich. Kiste? Ja, ja, Klamotten. Ja, lauf nach rechts weiter. Da steht ja irgendwo und gibt auch der Status-Pod und links oberhalb davon eine Kiste. Ah ja, der Status-Pod explodiert mal wieder. Ich habe einfach so... Ah, okay. Okay, gut. Ich dachte, das wäre ein Burggraben oder so ein... Einfach so ein Wassergraben, aber es wäre auch so ein Schacht von irgendeinem Brunnen. Ja, das habe ich auch zuerst gedacht. Das wäre irgendwas so in der Richtung. Aber es war dann nur ein Schacht. Glühämpchen. Wieso gibt es hier so viele Eichhörnchen? Das ist zutiefst merkwürdig. Und sie sterben auch noch. Ich finde das total hübsch hier. Können wir hier bleiben? Ja, das ist zufällig. Excel, du willst doch bestimmt mal wieder ein neues Haus bauen, oder nicht? Ja, das ist voll klar. Ich finde das etwas zufriedlich und ruhig. Ist ja gar nichts los hier, oder wie? Nee. Es gibt noch andere Welten, wo die ganze Welt bedeckt ist mit irgendwelchen Blüten. Da denkst du ja auch. Ja, hier gibt es auch ganz schön viele Blumen. Ja, bis jetzt wurde das Schönste, was ich hier gesehen habe in Starbound, aber immer noch verdächtig. Ich sehe Baumwolle. Okay, noch besser. Der muss gleich wieder an Arbeit denken. Nee, also brauchen wir noch irgendwo Sklaven. Wir brauchen jetzt noch Sklaven, sonst brauchen plötzlich Baumwolle ja nichts. In der Tat. Da gibt es doch NPCs, die man spawnen kann. Die ja noch hoffentlich irgendeinen Nutzen haben. Die können auch hoffentlich Baumwolle pflücken, ja. Genau. Ah. Was ist das hier? Noch mehr Dekomaterial. Ach, Petal Blocks. Ach, das ist ja nett. Da gibt es auch Kohle drin und sowas. Ja, in dem Pflanzengedöns, dass die Hunde teilweise wächst. Ich sehe es. Da hat es auch Rohstoffe drin. Oh, noch mehr Heidwasser. Das ist mir zu kuschelig. Ich muss jetzt auf der Stelle irgendwas töten. Na gut. Ah, Uwe, hallo. Was ist da los? Also, hier auch kein Gedöns. Nicht so. Gedöns wird überwürdig scheinbar. Also, du, dann suche ich den nächsten Planeten. Wobei der Planet eigentlich ganz schön war. Und friedlich. Ja. Dann kannst du da bleiben. Soll ich ihn mal markieren? Ja. Doch, auf jeden Fall. At Bookmark. Ich nenne das jetzt einfach mal schön. Verdammt, es gibt kein O. Äh, kein Ö. Also, schön mit O. Wir sind übrigens schon bei 32 Minuten. Äh, ja, dann machen wir mal Schluss und, äh. Wir suchen einfach in der Zwischenzeit einen Planeten raus oder sowas dann. Ja. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.